Hallo liebe Leute, heute machen wir einen Screwdriver und er ist wirklich ein sehr einfacher Longdrink. Wenn ihr mal sehen wollt, was ich zubereite, dann mit einfach mal dran. Und wenn ihr Bock habt, lasst dann auch ein Abo hier auf YouTube und ein Like auf Facebook da, dann verpasst ihr nichts von Trinkbar. Und dann starten wir jetzt. So, für den Screwdriver erst einmal Eis in Glas. Ich nehme hier viel Eis, dann reduzieren wir ein bisschen den Fruchtsaftgehalt. 4 Cl an Wodka, ich nehme hier 360 Wodka. Einfach übers Eis langsam gießen. Und dann den ganzen Spaß mit Orangensaft auffüllen. Nehmt 100% Direktsaft. Wir geben noch ein bisschen dazu, ich habe ja nicht mehr eine Flasche hier. Weil Direktsaft ist immer besser vom Geschmack her. Und das war's schon. Und das ist der Screwdriver. Wenn ihr mal nachgemacht habt, schreibt den ruhig in die Kommentare, euer Feedback. Oder wie ihr den immer macht, ob ihr noch was dazu gebt, ob ihr die Alkoholmenge ein bisschen variiert. So, und dann bin ich raus und sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder.